Also der Verlauf des Tages war eigentlich ganz okay, außer dass wir sehr lange warten mussten, bis wir endlich den ersten Durchgang fahren durften. Es war ziemlich neblig auf der Strecke, deswegen wurde wieder und wieder verschoben. Ja, der Riesenslalom ist auf jeden Fall die wackeligste Disziplin. Ich weiß, da muss alles zusammenpassen, dass ich aufs Podium fahren kann. Ich wusste auch heute, ich muss alles riskieren. Ich war auf dem vierten Platz und da gab es nur die volle Attacke. Deswegen hält sich die Enttäuschung ein bisschen in Grenzen. Es ist immer noch besser, mit schneller Zwischenzeit auszuscheiden, als vierte oder fünfte zu werden. Ja, ich werde jetzt morgen den einzigen Tag zum Slalomtraining nutzen, während der ganzen WM eigentlich. Es ist halt einfach durch das enge Programm und durch das, dass ich alle Disziplinen gefahren bin, war einfach keine Zeit und deswegen werde ich jetzt morgen nochmal zum Slalomtraining gehen und mir hoffentlich ein gutes Gefühl und gutes Selbstvertrauen für den Samstag holen.